ich habe so das dringende bedürfnis nach hinten zu gucken ich wusste es doch wir sind ganz schön flott unterwegs mit den dingern aber nicht flott genug ne 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 schon wieder einer oh mein mann mal cool gefällt mir alles einsammeln 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 Fettsack da hinten wo ist er denn da manche langsam ach bis der kommt habe ich noch ein bisschen zeit wobei da muss ich später gegen ihn kämpfen oh gut der ist schonmal tot die zerren ihn mit krasser Scherz und weg und weg und putz so cool alle tot weiter geht's darf ich mal aufbauen ein schlüssel wunderbar immerhin etwas ich habe noch einen bericht über den wahren sind der kolonisten gelesen alles schien anzufangen als wir den mark auf den planeten holten ok natürlich kein problem ach wisst du was Leute lasst mich einfach in Ruhe ich habe keinen Bock mehr muss ich hier überhaupt lang gut wenn ich hier lang muss dann gucke ich mal was da vorne ist ja ich weiß es ein bisschen nervig aber hier geht es ums nackte überleben und ich war hier schon gut dann kann ich auch gleich in dem shop vorbeischauen und Inventor medipack 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 genau die also das brauche ich nicht das brauche ich genauso wenig das was brauche ich habe ich munition ein also auf 40 geht ne 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 auf 40 nein also auf 40 gehe ich runter so Ich würde gerne anzug level4 haben Ich möchte wissen wie das aussieht Weil ich weiß es ja nicht mehr Also ich weiß es nicht mehr einfach Okay Mal sehen was mich hier erwartet Gern geschehen Mann Die sind mir die ekelhaftesten Ich weiß nicht Immer wieder dasselbe Einmal Einmal will man mit Einmal will man seine ruhe Und dann suche was So Komm mal her Huch Muss ich den schlüssel nicht hier anbringen Doch Oder muss ich auch aufs wartungsdeck Weil auf deck c war ich ja jetzt bis jetzt noch nicht Du musst da den schlüssel eingeben Weil das gehört ja irgendwo auch zur wartung dazu Beziehungsweise die wartung des Fahrstuhls Oder halt Die freischaltung dieses Sektor Und da jetzt auch wieder hin zu kommen Ich bin mir gar nicht sicher Ich bin mir gar nicht sicher Aber Ich stehe falsch herum Och Nö Aber ich habe ja Die Mutter dieser Die Mutter dieser Viercher Habe ich ja Habe ich ja Ekelhaft Nein 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 Wow Auf die Fresse Er lebt ja immer noch In diesem C Ich glaub Haben die sich jetzt selbst an oder was Oder flüchten die Was macht der da Wieso flüchten sie Oh warte mal Warte 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 Guck mal da hinten Kann ich da Moment Kann ich da durchschießen Und das Ding kaputt machen Jawohl Gibt es hier sonst noch was interessantes Komische Geräusche Sehr viele laute Geräusche Ich frag mich wo diese Ach da seid ihr ja Meine Güte Gott Wieso sind die erst Naja Weiß ich nicht Will ich wahrscheinlich auch gar nicht wissen Was zum Teufel Zurück Wauwauwauw Einen Schritt näher und Und ich schieße ihn Verraten Sie mir sofort Die Zugangscodes zur Frachtbucht Sie vollidiot Hier ist die Weiterverarbeitung Warum sollte ich diese Codes haben Hüten Sie mich nicht an Ich bin Smeid Dass alle mich anlügen Es hat höchste Priorität Dass ich den Marker bekomme Spucken Sie jetzt die Codes aus Ich habe sie nicht Ist das das was Sie mit dem Captain gemacht haben Na los Erschießen Sie mich Wenn Sie wollen Idioten Nur so kann man es aufreißen Der einzige Weg Das alles drüber enden Der ist total durchgekleid Lauf mal hier mal die Fiction Ekelhaft Sag ich dazu nur Ekelhaft Also ich möchte nicht mit Isaacs Stelle tauschen Aber irgendwie bin ich ja mit ihm An seiner Stelle Weil Ich ihn da quasi durchlotse Nein ich bin nicht verrückt Ach Mist Das hat ja die falsche Taste gedrückt Na dann los Mal sehen was mich hier erwartet Oh Okay Ich hab Ich Da ist ja auch noch einer Komm einfach aus der Wand geschossen Das ist ja unglaublich Darf ich mal Naja gut Das mach ich später Wenn ich ein bisschen mehr Ruhe hab Gut dass diese Viecher Genauso schlecht ziehen wie ich Oh Naja soviel zum dem Thema Wenigstens gehen sie schnell tot Ganz ehrlich Langsamer könnte diese scheiß Äh Keine Ahnung Seilbahn Äh Diese komische Bahn Die sagen Was heißt denn ich Was Die könnte nicht noch Langsamer fahren Nur mal so By the way Danger Darf ich Nicoll 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 Oh man Natürlich Ich will das Medipack haben Bitte Jetzt ist nicht mehr voll So Hey Ich glaube ich kann das Schluss von mir aus Deaktivieren Warte kurz Okay Also Katniss ist so Freundin Nein Nicht Meine Braut Habe ich ein bisschen Langsam reagiert Ich komme da mit Dem Ach man ich drücke jedes Mal die falsche Taste Ich muss mir angewöhnen F zu drücken Hey Ich habe mich auch zum Glück überhaupt nicht erschrocken Auch wenn man es mir jetzt nicht so angemerkt hat Hey Finger weg von meiner Rollen Das ist meine Danke Ah da hinten liegt Munition Noch irgendwas Hey Du hättest Und ich treffe auch noch nach neben Alter Also Schatz Äh Äh Wir sollten keine Kinder kriegen Irgendwie Ich hatte es Vielleicht kein guter Zeitpunkt Um das zu beraten Aber ich hatte es Keine allzu gute Idee Danke Süße Oh da liegt auch Munition So war es ein Fehler Keine Munition zu kaufen Definitiv Ja weil ich kaum noch welche habe Achso Da macht das überhaupt nichts Als wäre nichts gewesen Oh Gott sei Dank Das kann ich auch sogar benutzen Ja eigentlich Weil ich ja eh Jawohl Anzug Level 4 Freude Mal sehen wie viel Das Guzi Sekündchen Tut mir leid jetzt Mal sehen wie viel der kostet Von lauter Äh Herumgebrabbel und so Kriegt man halt irgendwann mal Zwangsläufig einen trockenen Hals Ja gut zwei Schuss Äh Die kann ich mir auch sonst wo hin stecken Ja Aber freut mich auf jeden Fall Ähm Wie viel haben wir auf dem Konto 40.000 50.000 Äh Wir haben Ja ich weiß dass wir 40.000 sind Fast 50.000 Äh Das gehört sich einfach nicht Oh da ist ja auch noch einer Äh 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 Das gehört sich nicht Wo schießt denn jetzt noch einer Meine Fresse Lass mich doch endlich mal in Wo hab ich ja hinten einen Übersehen oder was Da Ich will keine Kinder Da Also hier Baby ist auch so Resistenz entwundert mich ehrlich gesagt Auch Ich kann mir vorstellen Dass es Nabelschnüre sind Was Irgendwie Ziemlich ekelhaft ist Ich hab bestimmt In diesem LP 300 mal Das Wort ekelhaft Erwähnt Ja auf Kommt vor die Linse Da Mann Ihr macht mir mittlerweile Keine Angst mehr Ja Schnell speichern Ich hab das Spiel Schon 4 Stunden Und 17 Minuten Gespielt Da könnte man sehen Alter Verwalter Oder wird es Ist es die Uhrzeit Wo es Nee Kutsch Kann ich mir nicht vorstellen Nee Und krieg ich wieder Besuch Ja war ja klar Ich bin ja zwar vorgerannt Ich wollte es gerade sagen Da ist mir schon so komisch aufgefallen Deswegen hab ich mich auch keinen Meter Ähm Erschrocken Es war eine Sicherheitsabschottung Obwohl ich bezweifle Dass es ihnen geholfen hat Weil du jetzt den Wender und den Schlüssel hast Solltest du herkommen Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten Du wirst sie deaktivieren müssen Bevor du ihn starten kannst Also Aufgaben Ich weiß jetzt nicht Ob ich hier zum Shop gehen kann Weil jetzt nicht Fahre ich jetzt nochmal zum Deck Ah Oh Äh Genau Oh Nee Ich würde es lieber nicht Nicht herausfordern Ich fahre jetzt nochmal kurz zum Deck Ah Tut mir leid Aber ich will unbedingt den neuen Anzug haben Wie viele Medipacks hab ich noch Die gehen einem zum Glück Alter Finne Die gehen einem zum Glück Nicht Nie so aus Und Munizium muss ich auch kaufen Mal schauen wie viel ich noch übrig hab Ähm Jetzt nach dem Anzug